Und die Personalkosten, genau wie die anderen beiden Kostenarten, modellieren wir auch wieder über ein Cost-Center-Element, dem wir den Namen Cost-Center-Staff geben, Staff für Mitarbeiter. Und wir müssen uns hier wieder die Frage stellen, ist es jetzt eine Kostenrate oder eine fixe Anzahl Kosten, die wir hinzufügen. Theoretisch haben wir hier die Möglichkeit, beides zu tun. Wir könnten genau berechnen, wie viele Kosten entstehen bei so und so vielen Mitarbeitern, weil wir genau wissen, wir haben zwei Stunden pro Woche und wie viele Mitarbeiter auch immer wir haben, multiplizieren wir dann damit mal 15 und addieren das dann. Wir können aber auch sagen, wir wollen während der Eröffnungszeit eine Kostenrate von Anzahl Mitarbeitern mal 15 pro Stunde haben. Beides geht, wir nutzen hier die Kostenrate, deswegen gehen wir gleich in den Prozess, wo wir die Kapazität setzen. Dann, wenn also die Abholevents öffnen, da setzen wir die Kapazität des Servers, da können wir auch die Kostenrate dann entsprechend setzen. Und dann wird sozusagen die automatisch ermittelt und wir wollen sie dann nach Ende des Abholzeitraums wieder auf Null setzen, sodass genauso wie mit der Kapazität, die am Ende auf Null gesetzt wird, auch die Kosten wieder auf Null gesetzt werden. Und dann sollten wir eigentlich eine korrekte Berechnung der Kosten sehen und das wollen wir über ein Label dann auch in der Animation überprüfen. Wir wechseln also wieder in das Modell und wir schauen uns einmal an, wie das dann im Modell letztlich aussieht. Wir gehen also zunächst wieder in die Definitions und haben dort ein Cost Center Staff Element hinzugefügt. Wieder Initial Costs und Cost Trades sind Null. Und die Frage, wo werden wir jetzt diese Rate setzen? Ihr erinnert euch, wir haben damals für die Öffnungszeiten der Abholevents diesen Timer eingeführt, der ein Event feuert, jede Woche um 16 Uhr freitags. Und dieses Event führt dazu, dass ein Prozess ausgeführt wird. Und der Prozess, der ist auch der, an dem wir jetzt die Kostenrate setzen wollen. Das ist also der Process Set Pickup Capacity. Man sieht das hier, der wird anhand eines Events ausgeführt, nämlich Timer Pickup Day Punkt Event. Das ist der Prozess, wo wir die Capacity setzen. Das ist dann der Prozess, wo wir zwei Stunden warten und nachher die Capacity wieder runtersetzen. Und wir nutzen die bestehenden Assign Steps auch hier wieder, um eine weitere Zeile hinzuzufügen. Man sieht hier in Assignments More gibt es eine weitere Zeile. Neben der Capacity, die wir setzen, setzen wir hier jetzt auch noch die Kostenrate, Cost Center Staff Punkt Cost Rate, auf den Wert der Pickup Capacity. Das sind die Anzahl Mitarbeiter mal 15. Und das wären jetzt Euro pro Stunde, beziehungsweise US-Dollar pro Stunde. Und das wird dazu führen, dass wir dann innerhalb dieser zwei Stunden Kosten erfassen. Und am Ende müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir das auch wieder rückgängig machen, indem wir die Kostenrate dann auf 0 setzen. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir tun müssen, damit die Personalkosten richtig erfasst werden. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir hier die Personalkosten in diesem Label. Die gehen nach dem ersten Abholtag auf 60, weil standardmäßig Pickup Capacity ist bei 2 mal 15 macht 30 mal 2 Stunden macht also 60. Und die sollten also mit jedem Abholtag entsprechend dann um 60 erhöht werden. Das können wir uns jetzt beobachten. Wir sind jetzt am Donnerstag, kommen jetzt zum Freitag und sehen, nach dem zweiten Abholtag sind es dann 120 Euro. Die Berechnung scheint also korrekt zu sein. Und wir können dann damit das Mengengerüst für die Kosten abschließen. Wir haben also die drei Kostenarten erfasst und können die hier auch beobachten. Und am Ende, wie gesagt, werden wir die addieren, um die Gesamtkosten für das Campus Bio-Projekt in diesem Jahr beziehungsweise für diesen modellierten Teil der Kosten zu betrachten und am Ende dann auch zu minimieren.